Okay bei Ihnen, Ryder? Der Käpt'n hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er ihm. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus ge... Lernt. Man sollte immer einen Jetpack-Riff bereit haben. Ja, und damit ist er lohnt. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Danke, dass ihr wieder hingeschaltet habt. Folge 3. Auf dem Weg zur Legendary Edition von Mass Effect 1 und 3. 1 bis 3 so. Ach ja. Ich freue mich drauf. Bevor wir uns beide drauf. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Alki! Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Warum? Ist ja alles kaputt. Ich sehe hier nirgends Champagner. Ich auch nicht. Wo sind die ganzen Leute? Warum ist das Licht aus? Hallo. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina. Was ist hier los? Eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicher zu gehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Das ist aber nett. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Ähm, und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als zwei Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios Cluster bekannt ist. Hier werden Sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten Ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet Sie. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Das ist kein tropisches. Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5. Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlechtnis zu gewährleisten. Uff. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Melden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartigkeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt unbekannter Fehler. Klingt wie so ein Werbe... Werbe... Werbe-Dschingel, Werbe-Film. Den Pflanzen sind noch am Leben. Ist irgendwas von Interesse? Es wirkt, als hätten Sie diesen Ort nie fertiggestellt. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er Sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Äh... Ja, komm, mach. Ich glaube, ich mache das eher über die Tasten. Oder, wir haben doch am richtigen Ort geparkt. Und nebenbei, Ihre VE könnte ein Update vertragen. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur... Wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Ich bin Sarah Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet. Aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Ich habe ein Schiff voller Menschen, das belegt, dass wir tatsächlich hier sind. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähle es Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen. Und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal andernend. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit deiner Arche gerechnet. Sämtliche Andock-Prozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die wollen unsere Energie? Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Die konnte ich noch nie im Leitenden. Also ich glaube, Salarianer sind das, oder? Wo ist der Vater? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit Ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir können sie erst wecken, wenn Sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Ich denke schon. Ich möchte gerne immer diese Herzens, diese Gefühlssache da machen. Ich bin bereit zu tun, was getan werden muss. Ich kriege das hin. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nak Mokesh, die Leiterin dieser Station. Hallo. Ich hoffe, Sie haben Sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches. Aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns guttun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für die Hilfe. Danke, dass Sie für mich eingetreten sind. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten Sie deshalb nicht gleich im Keim erstellen. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn die Energie verbraucht ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Okay. So. Mit Katos, okay. Mit Ten sprechen, mit Cash sprechen, mit Katos ist okay. Ja, die Folge ist jetzt eben sehr viel... ...quatsche. Sehr viel gelaufen und so weiter. Also das wird jetzt hier nicht so spannend sein. Leck. Warum leckt es? Warum leckt es? Derzeit nachher, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Hallo, ich bin Jeanne Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Äh... Sie sind Sarah Ryder. Gehaltsklasse 19b. Aktiver Pathfinder. Was? Ihr Vorgesetzter ist Direktor Tan. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Das ist kranzhaft. Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaron Tan. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nagmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tiran Kandros. Ja, äh... Eins. Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Neu. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Ja, jetzt bin ich ja da... Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell betunbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. Sieben Welten, sieben Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Okay. Die läuft doch so komisch. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Schön, dass du über mein... über mich bestimmst. Gut, ich hab mich schon gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Addison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance gegeben, sich zu beweisen. S-sar-ie, S-a-r-ie, 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 а-r-ie, S-a-r-ie, S-a-r-ie. S-a-r-ie, 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 S-a-r-ie. Ach, Mann, S-a-r, S-a-r, wie wohnt das ausgesprochen? Mann! Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Nee. Ich hab keine Ahnung, sorry. Habst du Fing gesagt? Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese. Sa-Larianer. Sa-Larianer. So rum. Schweres Wort, ey. Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich sechs Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Letzten Endes kratzt es Sie nicht, falls ich scheitere. Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Dafür müssen Sie sich erst als der Pathfinder erweisen, für den Sie sich halten. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah! Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Samkern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein. Alles gut. So, aber ich will noch gerne mit den anderen quatschen. Kann ich das nicht mehr? Doch. Wollte schon sagen. Wo sind die denn? Tanzbüro. Tanzsprechende. Die sind alle da rechts. Aber ich habe doch gerade mit Tanke... War das nicht der hier gerade? Ryder. Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben. Aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Äh, ja, fangen wir oben an. Sagt, die Folge wird nur die Quatsche. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Wer stellt denn seine Ordner so hin? Macht doch gar keinen Sinn. Die Gründerin der Initiative, Jeanne Garson, ist tot. Wie ist Jeanne Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Jeanne Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel gepreit sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Merkel würde sagen, wir schaffen das. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Jeanne Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Das ist ja rassistisch, der Typ. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von Ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. So, haben wir noch was? Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Welches Problem haben Sie mit Ihnen? Ich bin nicht Jeanne Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch. Überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exzellenten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle sieben Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Was für ein Zufall. Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Wollen wir noch mehr fragen? Äh, ja, ein paar haben wir noch. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls Sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Okay. Langes Gespräch. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Okay, mit dem haben wir gequatscht. Ähm... Da geradezu ist noch jemand. Oh. Oh. Hey. Alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Sie wissen doch, was man sagt. Es ist keine Paranoia. Wenn wirklich jemand hinter dir her ist, ja. Das dritte Mal in dieser Woche. Und es wird schlimmer. Das erste Mal war eine Kleinigkeit. Aber diesmal hätte es übel ausgehen können, wenn ich näher dran gewesen wäre. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Wer immer dafür verantwortlich ist, er muss aufgehalten werden, bevor jemand ernsthaft verletzt wird. Das versuche ich ja. Aber ich bin Techniker. Kein Privatdetektiv. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment. Das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Wo steht der so komisch? Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Okay. Äh. Wie geht's gut? Und ich weiß es nicht, Sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Ist auch jemand... Ach so, ist er drin. Okay. Düm, düm, düm. Wir haben ein bisschen was zu tun mit ganzen Leuten quatschen. Sachen klauen. Die Stimme passt überhaupt nicht zu ihm. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Krogana rumlaufen. Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie denn noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Jeanne Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Was ist Jeanne Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geistekatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Mit dem habe ich schon gesprochen. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen, weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde, auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich düster aus. Ja, ja, ich habe es verstanden. Ich sorge doch dafür. Mann. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Kein Wunder, dass ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr Kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Äh, da haben wir noch eins. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Hä? ich weiß, dass durch das unangekündigte Andock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen Ich habe gerade gedacht, es ist bei mir jetzt immer in der Wohnung. Aber das macht nichts. Es ist mir egal. Wir wissen, dass das Problem größer ist, als wir dachten und arbeiten daran, es zu bedienen. Ich habe eben erst gedacht, bei mir wäre jemand in der Wohnung. Seltsam. Hört sich echt so an. Okay, ähm, quatsch auch noch mit den anderen. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren sie sich einfach auf ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Thurianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Thurianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn sie irgendwas brauchen, kommen sie zu mir. Auch wenn sie nur Dampf ablassen wollen. Warum sind sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nirene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Jeanne Garstens Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Wie geht es den anderen Thorianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Kette. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf Sie. Die Kette mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn Sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder Sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen Sie? Das weiß keiner. Aber ich habe Ihre Waffen gesehen und was Sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will Sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich Sie autorisieren, Sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Das klingt nett. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal. Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Das wird eine sehr, sehr lange Folge werden. Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Teren Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Was ist denn mit dem Typen da hinten? Was soll ich denn jetzt machen? Was ist nicht richtig? Erzähl mir, was los ist. Es ist einfach nicht fair. Erzähl mir, was los ist. Was ist los? Du meine Güte, Sie sind. Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Er soll verbannt werden? Ich schätze mal, dann hat man ihn wohl nicht bloß mit der Hand in der Keksdose erwischt. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nelken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Ja, natürlich, aber nicht heute. Ich muss erst mit noch vielen anderen Leuten sprechen. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nelken, dass ich ihn liebe. Mach ich. Wie soll das mit der Sabotage und das alles machen wir in der nächsten Folge? Ich muss noch mit ein paar Leuten sprechen hier. Wo sind die? Da ist es noch. Geradezu muss irgendwo anders sein. Hallo. Das ist richtig. Sie und ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Heerig. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingeteicht waren. Oh, du Armer. Aber ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparatur und störtlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? So, mit dem Wissenschaftler sprechen. Wo ist denn Edison? Ah, nein. Fängnis, warte. Nein. Cache. Wo ist denn Edison? Waffenhändler. Gefängniswörter. Medizbüro. Tarnes. Weiß nicht, wo Edison ist. Aber ich glaube, das waren alle, ich glaube, das ist dann eine andere Geschichte, oder? Eine andere Mission. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Ich werde ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandross. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Danke. Viel Glück da draußen. Okay. Jetzt kann ich Teams losschicken, oder was? Feindliche Missionsliste. Wieso sind das hier schon Missionen abgeschlossen? Ja, geil. Wahrscheinlich noch aus dem letzten Speicherstand, aber ich weiß nicht, ob das sein kann. Komisch. Gut, das haben wir auch abgeschlossen. Meine Lieben, dann machen wir an der Stelle mal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.